Ah, doch, doch, doch. Hast du dich? Alles klar, ich geb dir ne Line vor. Und du sagst mir halt, wie die Line weitergeht und vielleicht noch aus welchem Song und welches Album. Okay. Bist du ready? Ja. Boom! Glaubt ihr im Ernst, ich hab kein Thema parat? Irgendwas mit GEMA verklagt. Kriegst du das auch ganz hin? Ich mach, ich schreib blablabla und werd von der GEMA verklagt. Ich schreib aus Langeweile und werd von der GEMA verklagt. Genau. Weißt du welcher Song? Naja, aber ich weiß welches Album auf jeden Fall. A-M-Y-F war das? Nein? Früher. Noch früher? Ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich nicht auf dein Spickseitli geguckt. Ich weiß es nicht, nein, keine Ahnung. Alles klar, das ist von Elektro-Ghetto. Krass, Alter, siehst du? Gut, Line Nummer zwei. Irgendwer macht dann bestimmt am Ende irgendwie mit. Ja, das ist gemein wie zehn. Das war vom Bordstand bis zur Skyline. Irgendjemand macht dann irgendwie mit. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwas mit irgendjemand macht irgendjemand und keine Ahnung was. Das war der Song, den hab ich geschrieben, als ich im Bus saß auf dem Weg von Berlin nach Wien. So, und da hab ich diesen Song geschrieben. Ja, und das hat irgendwie zehn Stunden, glaub ich, gedauert. Sind wir über Dresden raus in die Tschechei und so. Dann irgendwann in Wien angekommen. Keine Ahnung, irgendjemand aus irgendeinem Dorf. Keine Ahnung, weiß ich. Aber ich kenn wenigstens den Song und das Album. Also, zweite Line wäre, du siehst schwul aus. Ach so, genau, du siehst schwul aus und irgendjemand findet's irgendwie schick. Genau, richtig. Gut, Line Nummer drei. Ich bring den einzig wahren Ghetto-Rap auf Deutsch. Na, geil. Schon so geil, was man so alles so gesagt hat, ne? Ich bring den einzig wahren Ghetto-Rap auf Deutsch. Ist relativ neu. Ja, ist was CCN3 auf jeden Fall. Und da haben wir nämlich schon das Problem, weil ich kenn immer noch die Songs nicht für die Tour, Alter. Wir geh schon nächste Woche auf Tour und kennen die Songs nicht. Deswegen versuche ich Schindy auch die ganze Zeit zu überreden, dass wir so wenig wie möglich CCN3-Songs mit auf Tour nehmen. Aber das Problem ist halt CCN3-Tour. Ja, auf Deutsch. Deine... Ich mach den... Deine... Irgendwas mit deiner Junkiemutter? Kettenrochermutter. Deine Kettenrochermutter sitzt, ähm... Ja, auf Deutsch. Deine Kettenrochermutter sitzt am... Äh... Deutsch... Keine Ahnung. Irgendwas mit Kettenrochermutter? Deine Kettenrochermutter hängt im Lesben-Chat und seufzt. Ah, okay, siehst du. Ja, genau. Aber... War mir gleich klar, dass das Album war auf jeden Fall. Gut. Line Nummer 4. Mein Tape fickt alles. Warum willst du es nicht einsehen? Au, das ist King of Kings, Alter. Warum willst du es nicht einsehen? Ähm... Brauchst du einen Tipp? Ja, gib mir mal einen Tipp. Das ist der erste Song auf dem Album. Dicker, du bist ja übel sympathisch, Alter. Freut mich. Ja, äh... Ja. Krass, stimmt. Und behauptet, 12 plus 1 wäre nicht 13. Du bist neidisch und behauptest, 12 plus 1 wäre nicht 13. Du bist auf jeden Fall fit mit deinen Zeilen. Ja, ja. Mal mehr oder mal weniger, Alter. Das war kein einziger dabei, den ich zu 100% richtig hatte, Alter. Ja, Leute, dann ist das natürlich ein bisschen shame on me, Alter. Aber gut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ist auch mal interessant, weil so merkt man selber überhaupt, ich meine, nach, keine Ahnung, vielleicht so 500 Songs, die man gemacht hat, dass man halt einfach mal dann echt doch nicht so wieder alles auf dem Schirm hat. und das ist interessant zu sehen. Aber dann wiederum gibt es dann plötzlich Sachen wie jetzt, die halt schon, King of Kings ist ja 2001, glaube ich, war das? Kommt, glaube ich, hin. Ja, das sind so 14 Jahre. Aber irgendwie bleibt es dann doch noch irgendwo ein bisschen hängen und zumindest hat man dann vielleicht noch den Reim oder irgendwie was. Aber ja, okay. Ja, ist cool, Alter. Hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Alter. Ich habe nämlich eine S-Klasse AMG, habe ich mir gekauft und bin da sehr unzufrieden mit gewesen. Habe dann auch einen Wandlungsantrag gestellt und habe jetzt den Wagen sozusagen zurückgegeben. Habe mir jetzt eine S-Coupé AMG bestellt und fahre jetzt in der Zeit gerade einen Volvo. Das fuckt mich ziemlich krass ab, Alter. Ich darf es aber machen, Dicker. Beine. ETAP. ... Untertitelung des ZDF, 2020